Musik Guten Morgen Sportfreunde und willkommen zu einem weiteren Work-In. Für die Erstgebung heute legt ihr auf den Rücken und streckt die Beine. Ihr hebt die Beine und in die Kerze, dann berührt ihr mit den Händen die Füße. Wieder in die Kerze und mit den Händen die Füße berühren. Das macht ihr 3x20. Für die nächste Übung braucht ihr einen Apfel oder ein Tennisball, je nachdem was ihr zu Hause habt. Und legt nicht auf den Bauch. Ihr nehmt den Apfel und kreist ihn um euren Kopf herum. Da habt ihr die Füße aufgestellt und der Kopf bildet eine Verlängerung zur Wirbelsäule. Das macht ihr auch 3x20. Für die letzte Übung setzt ihr euch hin, nehmt euch ein paar Bücher. Und hebt die Füße. Dann die Bücher von rechts nach links bewegen. Das macht ihr auch 3x20. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017